Hallo, wir sind Signa und Emilia und bei Elefanti und Co. fanden wir am besten, als das Tapir-Baby baden gegangen ist. Boah, Alter, hätten wir die Füßen vorwärmen können. Scheiße, ist das kalt. Das Wasser im Tapir-Becken. Frisch eingelassen. Halt mal irgendwas davor. Damit Lasse mit seiner Kamera unten und Timo mit dem Monitor oben den perfekten Durchblick haben. Lasse? Ja, geht los. Na, Leila? Alles läuft nach Planen. Doch dann macht Leila ihre Morgentoilette. Ne, also so siehst du nix. Ja. Amen.